Grüß dich, hier ist Sebastian von der Krabber Erfurt. Im heutigen Workout geht es um den Press. Ich zeige dir eine gute Möglichkeit, wie du dich einfach mal um eine Kugel größer steigern kannst. Also locker vier Kilo mehr, wenn du es richtig machst. Passende Technik vorausgesetzt, du musst halt wissen, wie die Übungen gehen, die ich hier zeige. Und dann ist es locker möglich, dass du dich mal einfach um eine Größe steigerst. Also hier ist der Zirkel. Die Übungen Die Übungen Die Übungen ... in gesture. ... in echt 201, die kingdomkriegen. Simon & Meus. ... und im Himmel, um jedes Leben zu leben. ... und dass du sieben... ... es wird nur die After... ... es wird nur die After... ... und dass du sieben... So puisse es nicht, ich so democratic bin, Upton wird es nicht upsideде. Einen Tag! Einen Tag! Einen Tag! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501